Und wir machen direkt weiter, ist immer noch bei uns die gleiche Aufnahme, wie gesagt, wir haben jetzt gerade die zwei Missionen gemacht, also gehen wir jetzt eine nach unten, äh, zu The Taka Source Ahead in Unspeakable 4 mit Orochimaru und, äh, dem dritten Okage, der nämlich heißt Hiruzen, Hiruzen, äh, die Sasuke zur Hilfe, äh, schätze ich mal. Du weißt das ja schon. Ja, das weiß ich jetzt wieder nicht, weil das ist wieder, also gerade das, was wir oben gesehen haben, habe ich jetzt erst vorgestern gesehen, aber das ist schon wieder, das lief noch vor dem, einen Filler. Achso, deswegen sehen wir auch die Refill-Anime-Sequenzen. Ah, Tatsache. Oh, okay. Was war denn Orochimaos Motiv? Der wollte unsterblich sein und alle Jutsus der Welt erlernen. Das geht halt nicht von Natur aus, weil du nicht alle Jutsus der Welt beherrschen kannst, verschiedene Elemente. Deswegen hat er halt experimentiert und Leute entführt. Und der wollte ja Sasuke original haben, damit er dann eben in sein ... Der brauchte halt immer neue Körper, in die er schlüpfen kann, weil die ja trotzdem älter werden. Und deswegen hatte der halt Sasuke als Wessel quasi aufbewahren wollen. Das war einfach das Ding. Er wollte quasi unsterblich sein oder er wollte einfach lange leben, damit er Zeit hat, alle Jutsus zu beherrschen. Das war sein Ding. Der war noch ein sehr klassischer, verrückter Professor, wenn man so will. Hatte der am Ende, als dann sein Arc vorbei war, irgendein Redeeming-Moment? Nee. Der ist einfach gestorben und dann wurde der hier wiederbelebt. Und dann sagt er einfach nur, okay, ich will mal gucken, was Sasuke macht. Ich finde Sasuke cool. Sein Grund, warum der gerade hier mit denen arbeitet, ist original. Ich finde Sasuke gerade cool. Ja. Ich weiß immer noch nicht, wer Guru Guru genau jetzt eigentlich ist, weil das ist ja auch ... Es ist ja nicht irgendwie ... Ja, dieser komische ... Ja, aber das ist ja ... Ja, klar, aber das ... Ich dachte eigentlich, das wäre einfach nur ein Weizetsu, aber ist es ja nicht. Das ist schon irgendein anderes. Vielleicht die Ursprungsform davon oder so. Ja, das könnte sein. Und die Sache ist, der ist ja auch so ein bisschen, ne, Comedy-Relief-mäßig drauf. Und das ist halt, der hat genau die Persönlichkeit, die, äh, der Obizu in seiner Tobi-Rolle immer hatte. Weil Tobi war genauso immer. Er ist so ein bisschen manisch, witzig und trotzdem gefährlich und kann Formen verändern, er ist quasi Buh. Ja, stimmt. Um mal noch mehr Dragon Ball Parallelen reinzubringen. Komm schon! Stop it! Schlüpfrig! Das ist halt eine tolle Animation, ey. Das sieht alles etwas ungeschickt aus. Das ist eine Schlange, die, weil ich meine, in den Boden rammt. Das war ein sehr kurzes Chapter, das wird es gleich schon gewesen sein. Ja. Okay. Das war ein bisschen, wenn ich meine, in den Boden rammt bin. Ich bin nicht so, dass Sasuke zu tun. Was soll Sasuke zu tun? Was soll ich jetzt aufhören? Entschuldigung, Karin. Ich kann mich, Sasuke zu fühlen. Ich kann mich nicht aufhören. Ich kann mich nicht aufhören. Sasuke fühlt sich aufhören. Warum? Ich bin jetzt nicht so, dass ich nicht. Sasuke hat mich nicht mehr. Ich weiß nicht, dass du Sasuke... Also, Kabuto... Wenn du Sasuke... Ja, genau. Ich weiß, dass ich den Arzt und den Arzt mit dem Arzt, dass ich den Arzt überrascht. Sasuke... Ich weiß nicht... Aber, Kabuto... Wenn du hier bist, hast du hier gesagt, die kohle da geht so dass buch war sieben um mit dem mann im noch kamo war karneite demo itachi war islami und kattabok nie kieze kassette kredita boku war hockademo night kabuto nandato itachi war kimi o shin demo mauritai den negativ sommer nein kasschen oder nicht aber du es auch lieb ist Und das ist jetzt mein Geheimnis. Was, bei solchen Sachen denke ich mir, was, wer, Kabuto, was, ja, I guess, okay. Ja, auch die, wie heißt die, Karin? Karins Beziehung zu Saske ist ja, einfach nur, unerklärt. Es ist dieser Charakter, das ist halt, das ist so, das, was ich damals auch bei G-Drucker gesagt habe, ihr Charakter besteht einfach nur aus ihrer Beziehung zu Saske. Ja. Sie hat keinen eigenen Charakter abseits von ihrer Beziehung zu Saske. Und eine Zwischensequenz? Ah, spielen wir, ah, wir sehen jetzt vielleicht nochmal den Karin, oh nein, oh nein, warte mal, ich darf jetzt aber als Kabuto spielen, das heißt, es müsste mega einfach sein. Warte mal, es war Falk. Sonst wäre das übelst nicht Kanon. Stimmt, und jetzt zeigen, wie er aus dem Loop rauskam. Ja. Ah, wir erklären das, hey. Was sind alle, wenn ich jetzt ein paar Mal wiedererangere, oder? Das ist mein Gedankel. Ich habe mich nicht geügt, dass ich mich nicht verletzen kann. Ich werde mich nicht verletzen, wenn ich mich nicht verletzen werde, ich werde mich nicht verletzen können. Ich war immer noch etwas anders. Ich wurde mir in der Schmerzung von mir geändert. Ich habe mir gesagt, dass ich mich nicht verletzen. Das war's für mich. Die Uchiha ist ein allgemein so drauf, dass sie nicht antworten, wenn sie so angestrieben werden. Das macht Tosca auch die ganze Zeit. Das ist doch... Die wollen... Destroy Itachi! Boah, Itachi, du hast so keine Chance, ne? Ich brauche es nur jetzt. Soll ich nicht eigentlich 17 Lebensbalken haben? Ja, eigentlich schon. Oh, ich glaube, das habe ich noch nie gesehen. Ach so, das war der... Doch, das hat der gegen uns auch angewendet. Ja, und dann das! Cool! Das ist ein ganz witziger Twist. Fick dich, dass es unrealistisch ist, dass du Schaden machst. Ja, ich würde gerne Combo zu bekommen. Ja, 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 verdammt! Und kein Substitution mehr. Und dieses Problem kenne ich irgendwoher. Ja, nur hier ist es nicht so tragisch. Zum Glück. Aber er haut schon ein bisschen rein. Aber noch manageable. Scattering Rage, Jutsu. Schade. Ich habe gerade eine Ultimate benutzt. Ja, krass. Das sieht man sehr gut. Geil! Geil! Oh! Holy shit, meine Energie! Oh Gott! Oh Gott! Ich habe... Go, 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 go! Awakening, Awakening! Mega Schlangenattacke! Ja! Ja! Fick dich! Mega Modus! Geh auf den Stein und werf einfach meine fucking Spinnenweben runter! Die sind jetzt so weit weg. Marit, fertig! Boah! Hintertie! Fick dich! Wir spielen auf Zeit! Boah, du bist so ein Arschloch. Boah, ich hasse dich. Ich hasse dich. Bam, 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 bam! Bam! So. Goddammit! Fick dich, Itachi! Oh Gott, er ist ganz verwirrt. Oh Gott, I don't know what to believe anymore. Am I an Anime or am I a Computer-Video-Game? Das ist, finde ich, eigentlich eine ganz schöne Begründung so. Ja, ja, dass der Loop ihm eigentlich was beibringen soll. Es wird halt ein bisschen so, als ob das im Nachhinein ... Ach nee, eigentlich macht's übrigens auch noch das. Mhm. Ähm. Wie halt viel von Naruto. Also dieses gesamte Ding mit ... Es gab mal einen Baum und da war eine Frucht und dann kam Chakra und dann war da die Frau und der Sage of the Path war seine Tochter. Und deswegen ... Das wird halt alles so in den letzten 100 Chaptern, dieser 700-Chapter-langen Serie so eingeführt. Ja, ja. Und das mag ich halt nie. Das hat mich auch in Mars-Effekt total angepisst, dass im dritten Teil dann ... Weißt du, der dritte Teil fängt ja an mit ... Ah, übrigens, auf dem Mars haben wir ein Ding gefunden, mit dem wir die Hüpfer besiegen können. Ja, ja, das war ja einfach nur so ein riesiger McCuffin. Genau, aber das machen so Storys ja voll oft, dass sie einfach in den letzten Drittel oder Viertel und hier halt im letzten Siebtel ... Ach, übrigens ... Daran merkst du halt, dass ganz viele dieser Geschichten nicht wirklich vorgeplant sind. Ja. Das find ich immer schade. Tja, in sowas wie Dragon Ball genauso. Ja, klar. Wie sich da die Regeln ständig ändern von ... Bei Dragon Ball fand ich's halt nie so schlimm, weil Dragon Ball hat für mich nie so eine große Geschichte gehabt. Das war immer so ... Ein-Story-Arc, Anfang und Ende und das war's. Und das war jetzt nie so ... Ach so, weil's nicht so übergreifend ist. Genau. Und das ist halt viel, viel mehr, weißt du, ein großes Ganzes in Naruto. Ja, so. Ja, so. Deswegen, wenn dann in Dragon Ball einfach so, ja, übrigens, ich bin der God of Destruction, äh, Büros, dann denk ich mir, ja, okay, ist halt der nächste Endboss, meinetwegen. Wenn jetzt hier kommt ... Ach, übrigens, ich bin der Gott der Ninja, denk ich mir so, war das nicht mal wie vorher auch nicht relevant gewesen? Äh, Avatar The Last Airbender macht das übrigens ganz, ganz toll. Ach, muss ich mir angucken. Das wirkte wie eine von Anfang bis Ende durchgeplante Serie. Die werd ich auf jeden Fall irgendwann nachholen. Die sich immer weiter steigert. Okay, bin zufrieden, dass wir uns doch noch da ... Ja, ja, das war ganz nett. ... eine Erklärung gegeben haben. Ja, ja, das war ganz nett. Ja. Nicht so wie Saske. Ja. Haben sie's ja auch versucht. Ja. Aber ... Betonung ist auch versucht. So, hiervon erwarte ich mir was, Tom. The Final Showdown. Nee, nee, das ist alles Final Showdown. Aber ... Ach so, stimmt, das ganze Kapitel. Genau, ich erwarte mir konkret von diesem Kampf etwas. Okay. Ach so, weil du weißt, was der Kampf ist? Ja. Das ist viel Potenzial auf jeden Fall. The Crimson Beast. Ist das nicht Kurama? Nee. Kurama ist auch eher orange. Das ist cool. Wo ist das? Sie sind hier, oder? NARUTO ist jetzt in anderen Bereichen geschehen. Nachdem wir die NARUTO zurückkommen, werden wir nur noch ein paar Zeit bekommen. Ist das nicht? Nein, nur mit einem. Wir werden hier, diese blaue Mou-Ju-Geräusche geben. Wir müssen die Gäste geben. Das ist nur das. Aber dann kannst du mal wieder mit Geil spielen. Stimmt. Ich freue mich auch daran. Zahle? Obwohl ich... Spare mir das fürs Ende auf. Obwohl ich weiß nicht, wann das Ende ist. Das wird eh mit einem Quicktime-Ding enden, deswegen würde es gar nicht gehen. Goddammit! Goddammit! Eigentlich müsste das ein Kampf, wenn du verlieren musst. Hast du gar keine Ahnung, immer wenn Kakashi gegen den bestehen konntest du so ein bisschen, dann kann das auch... Aber Geil ist doch... Geil ist nicht. Schwächer und Kakashi und so. Nicht? Ne, Geil hat ziemlich rein. Geil ist ein bisschen awesome. Aber Madara ist halt so viele Stufen überall. Genau, aber das war ja auch über Kakashi und so, das war... Er hat aber auch nicht alleine gegen den Kampf. Ja, stimmt. Das ist ja auch so einer, der nur Nahkampf macht. Wie Rock Lee ist ja sein Schüler. Der sagt so aus wie er. Der auch. Weiß er noch? Ja. Ja, ja, ja. Rocket Leaf, wie mein Bruder ihn nennt. Ja, Tsai Jutsu ist halt Nahkampf. Das war nur mein Awakening, was jetzt vorbei war. Und was hast du frühestauf? Nice! Haul Jutsu! Das ist super. Ich will mal wissen, was dieses Armor Break wirklich heißt. Spielmechanisch. Was? Vielleicht haben die ja quasi nen unsichtbaren Verteidigungs-Stuff oder so. Das vermutlich, dass ich einfach mehr Spaß, mehr Gegner... Ach! Mehr Schaden! Mehr Spaß, mehr Gegner! Ich wollte Schaden sagen. Ich weiß nicht, wie ich so Spaß gesagt hab. Die waren noch im Catch, die Worte. Hast du grad seinen Ausweich-Move gesehen? Mein? Warte mal. Pass mal auf, dass du hier nicht down gehst. Ich glaub, ich werde down gehen. Kannst du noch waken. Ja, aber das bringt mir nicht so viel. Vor allem brauche ich da für ein paar Sekunden Ruhe. Oh, wie fies, ey. So, jetzt kann ich versuchen. Hm. Nee. Doch! Gib nicht auf! Nein! Mit deinem Traum, denn du bist tot. Es war umsonst. Du wirst immer nur fehl. Das ist das erste Mal, glaub ich, dass wir in diesem Spiel... Ja, oder? Mhm. Aber ich weiß grad nicht, was passiert. What? Äh... Wie cool. Kann ich jetzt einfacher machen, das Spiel? Und schwieriger? Door und rot? What? Ich sag Battle of Phonobus boost your attack. Ah, ähnlich was. Ach so, Health as is. Dann ist er schon fast tot. Sind ja beides leichtere Varianten. Kann ich hier die Mütter auswählen? Nee, ich muss jetzt... Ich muss jetzt den Pussyfad nehmen. Dann nimm doch den rechten. Dann ist es schneller weg. Boost your strength, ne? Weil der Gegner hat ja dann das gleiche. Ist eigentlich eine ganz gute Idee. Auch wenn es ein bisschen einfacher ist. Das hätte ich im letzten Spiel gebraucht. Ja, aber wie cool es unszeniert ist. Wie cool es unszeniert ist. Ha, fick dich! Und ich mach genau... Mach mehr Schaden! Fick dich mal da! Das ist doof. Das hätte ich gegen Kabuto wirklich sehr, sehr gut gebrauchen können. Ich hätte mal Finn noch heraus, wer das grad war. Weil... Ja, das war dann... Also den... Kratzt du schon mal gesehen. Oder der Original Six Sage tut? Genau. Den haben wir schon mal gesehen? Ja, so cool... Du hast... Sie haben... Die Tailed Beasts haben doch im dritten Teil davon erzählt, wie sie benannt wurden. Mhm. Namen bekommen haben. Mhm. Und da stand der Sage... Dieser Sage stand so in der Mitte und um ihn rum standen die Tiere als kleine Welpen. Und dann hat er die genannt. Das hat schon einmal so kurz... Im Anime weißt du, dass er sich sicherer aussieht, weil du schon so oft von ihm gehört hast. Mhm. 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 Das sind seine beiden Ausweich-Moves. Er macht doch immer Wuhu! Yay! Könnte auch ein One Piece Charakter sein. Komm schon, Madara, du hast jetzt doch... Jetzt hör mal auf hier! Ja, die... Dynamic Entry! Das ist halt so die typische Bruce Lee Hommage. Ja. Ja, okay. Kann ich... Kann ich akzeptieren. Verständlich. Ich hab gleich mal ein Zehfuchs. Hm. Ja. Wirklich. Ja. Ja. Das ist doch das. Ja. Nein. расchneet... Ja. Wirklich. Wirklich. Das war ein Zehfichts. Wie war das denn? Wirklich. 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 орger. Das ist so. Das ist so. Das stimmt, du hattest doch mal jemand, der kann irgendwie mehrere... Der darf so ziemlich das Nächstes aus einem Super Saiyajin haben. Mehr so Form haben und wenn er in die letzte geht ist er tot. Es gibt so neun Tore. Das stimmt. Das war voll gut eigentlich mit Rock Lee, weil dem wurde von Gaara im ersten Fall ziemlich alle Beine, also beide Beine und beide Arme gebrochen und der konnte sich so ziemlich nicht mehr bewegen. Und der kann ja nur Nahkampf. Deswegen war es so interessant, weil er nichts mehr konnte und voll down war und so. Die beiden sind immer so schön überzrieben, weil die reden immer noch krasser wie in einem Anime, aber ganz bewusst. Wenn du dich mal an, dann denkst du auch mal, Alter, wir reden hier. Macht total Spaß. Und... Ich glaube, es gibt auch nen Comedy Spin-off von Naruto mit Rock Lee als Hauptcharakter. Ich glaube schon. Und dann... ...dass du das, bis zum Schluss, bis zum Schluss. Riyo... ...dass du deine Hand. Das ist... ...der letzte... ...sugio. ...zulegen... ... Jetzt müssen wir uns die wichtigsten Dinge zu retten! Der 8. Kai! Der 8. Gen. Ja! Super Saiyajin! Kaioken! Ja, Kaioken! Der gleiche Kampf nochmal, nur jetzt mit Mega-Geil! Wow, was für ein cooles Porträt! Wow, guck dir, die werden wieder in Luft! Oh, jawoll! Alter, wie awesome! Fuck you! Komm mal, das wird wirklich... Ja. Wie ein Ultimate? Ne, natürlich nicht! Was ist das denn das? Guck mal, deine eigenen... Ach so, ja, das sind Attacken! Also, es sind so... Das ist alles nur Luftdruck, was er hier erzeugt! Weißt du, einfach... Er schlägt die Luft so hart, dass sie halt... Schaden macht, ist das cool! Kai ist der Beste, Tom! Ich dachte, Kakashi ist der Beste! Ich mag, dass deine... Deine Fußspuren drin... Ja! Kakai... Kakashi ist schon sehr, sehr cool, aber ich... Muss wirklich sagen, Guy ist schon echt... Cooler! Weil, kein Scheiß! Guy hat wirklich... Hat's auf! Alter, kannst du mal hier vorkommen, du Pussy! Okay, dein... Backentries gut erwähnen! Hier einfach nur, dass du dich verbrauchst... ... in... ... seinen... ... komischen... ... Schämen! Der braucht mich nie! Hm! Stop it! Haha! Er macht das mit ihm ein bisschen zu oft! Der kann jetzt zum Glück ja mit dem Dynamic Entry mit einem Mal... ... zerstören! Das wirkt alles so schön druckvoll... ... jeder einzelnen Schlagdinger gemacht! Ja! Das ist auch doch Malaraku! Ist ziemlich awesome! Jaha! Wie hat er langsam zu ihm hinslidet! Guck mal, das war schon mit der Energie, ey! Auf du ihn ja jetzt schon rausgekloppt hast! Let's go! Oh! Das ist so cool! Oh Gott! Der volle Name von ihm ist Might Guy! Von der Version hier oder was? Ne, von dem Charakter! Der heißt einfach Might Guy! Oh Gott! Oh! Oh! Asura! What a guy here! Let's see what you did there! Wadara sagt, oh no, Night Guy heißt diese Form. Night Guy. Ja! Nice. Night Guy wird zu Night Guy. Oh Gott. Oh, das ist so viel besser als im Anime. Ja! Ja! Feuerwerk! Holy Shit! Und jetzt war's das. Hat's ihn zerrissen. Daumen hoch. Ja. Krass. Okay, ich bin zufrieden. Und Madara war so, oh shit. Gut. Der steht jetzt trotzdem wieder auf und kopf sich das von den Schultern. Wurde nur Zeit schinden. Okay, das ist schade. Das ist sensiert hier. Eigentlich hat der eben die komplett rechte Körperhälfte weggeballert. Die Madara? Ja. Und der regeneriert die dann, weil der halt von Gott ist an diesem Punkt. Aber der sitzt da quasi, die helft einfach weg. Und so denkt so, holy shit, der hat mich ja fast gekehlt. Das ist ziemlich geil im Anime. Das ist der letzte Worte. Das ist der Karte. Der Karte! Herr! Was ist das? Wenn man sich das anschaut, wenn man die Schmerzen öffnet hat, hat sich nicht die Schmerzen verletzt. Ich habe das Leben. Ich würde es sehen, dass es wirklich anders inszeniert, und zwar als auch im Anime. Deswegen hat es dir sehr schnell erlaubt. Nann-domo, nann-domo, Sie haben mir immer wieder geflogen, Uzzumaki, Naruto! Rrrr! Okay, ich hoffe, sie gehen jetzt noch mal in der Zeit zurück, um etwas zu zeigen, weil wir kommen, also wenn wir jetzt noch eins machen, ja doch, wir sind noch 17er. Ähm, also ich hoffe sehr, dass sie das hier im Video dran haben. Du hast fast eine Million Ryu. Hä? Bekomm ich jetzt bestimmt. Ist doch übrigens kein Zehfuchs geworden. Mano. Ja, Wind Rage ist Thunder Races, hört sich so an, als ob wir das jetzt, ah, obwohl, ich hoffe sehr, dass sie das noch zeigen, eigentlich, weil. Wie das gerade schon, also hier, das heißt ja jetzt, Last Battle Begins und danach sind noch drei Punkte. Ja. Ja. Ja.